um und herz kommt zurück zu einer Weizung Folge Minecraft zu besorgen mit dem Leon die Elke Leone im Hintergrund so heißt er ja leider weil sie die anderen Spakus hier hat nicht auftreiben konnten bis alt 10 Jahre alleine spielen weil Leon hat leider noch keinen gekauftes Minecraft und ich bin natürlich so dumm ich wollte jetzt einen Hinsetzen weil wenn ich hier unter Fall bin ich auf jeden Fall tot wo bist du auf dem Balkon ich sollte jetzt erst mal die Diff hier runtersetzen um ob er stufassen du es als sie stand an Krieger drinnen ich habe vertreten im Haus Respekt einfach nur was erst mal hier alles so und und ich weiß jetzt hier gemacht das Problem kann ich irgendwie ich mache immer scheiß eigentlich so ich habe den Alex ja ich weiß ist halt weil du Mannschaft nicht gekauft hast aber da hat es gekauft Daniel hat es gekauft und hat immer noch und er hat keins gehen drin daran liegt es ich pixel dir dann wohl einen schönen ja wohl schön ja kennst hast du den aus dem Together von Jamka schon gesehen mhm ja wie findest du den naja ich würde meinen eigenen naja ich meine ja wie du den generell findest naja da wäre auch okay ja ungefähr so ein würde ich dir wohl auch machen können ich kann schon keine Bäume abbauen bist du im Adventure Mode? ich bin im Überleben hast du Herzen drin das heißt aber nicht dass du im Adventure Mode bist boah jetzt leckt es wieder kurz ich will mir das hier oben ein bisschen absichern dass ich hier nicht direkt sterbe könnte klug sein oder? jetzt ist er kurz Brain Africa glaube ich aber er tun so kann ich abbauen bist du denn drauf? auf dem Server oder auf meiner normalen Welt? Single Player komisch so ich würde sagen so kann ich hier ist es jetzt nicht mehr so schlimm runterfallen ich habe es hier noch die machen ja das ist irgendwie so sieht zwar ein bisschen komisch aus jetzt schmitte mich mal kurz so sieht zwar erstmal hier ein bisschen komisch aus aber ich sie ja egal hörst du mich noch? ne weißt du ok vor allem ich habe hier heute irgendwie so Probleme mit MC Horst 24.de die ach so tollen Server denkste 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 ne denk ich im Moment gar nicht ja weil du gesagt hast denkste da habe ich drauf gesagt denkste du das ist ja alles deutsch ja cool weil ich gerade ein Kreia bin irgendwie leckt das aber heute ja aber bei mir leckt auch alles du hast aber auch einen schlechten Rechner als ich weißt du was die andere weißt du was die andere so warte ich hier bauen wir die nochmal ab vor allem das ist jetzt nicht das erste mal das server select weißt du noch die Folge die ja wo du die ganze Zeit geschrieben hast ja lag ja genau die die lag hieß die kam ja für dich gestern oder? ja gut das ist schön wenn die gestern kam das war nämlich wirklich die lag folge das war glaube ich folge 05 ich bin vor Ort die jahre kommt nur scheiße ich habe eine super flache Welt mit durchmachen nicht schicken auch immer schon fahrt und braucht auch nicht gehen und das ist schon flüssig ja warte denn in mich jetzt alles so schön flüssig ja bei mir leckt es gerade irgendwie ja so schmied gucken wir es aber ausgelastet ist ich glaube dass er zu 70 prozent ausgelastet ist so wie gestern wieder was machst du gerade bauen ich hab ja nix in die luft ich hab den gestern mich mal in die luft gejagt einmal mit absicht hattest du eine kopie ja das ist mein lieblingsprojekt das ist ohne kopie gehe ich hier nicht ran ich schreite auf dem pferd und das wird man nicht okay mich mögen ganz viele fährt nicht so ich lasse mich so machen dass man hier auf jeden Fall wie es sich runterfallen kann wird zwar nachher noch verschönert weil die ganzen viel Dinger fliegen ja jetzt noch hier so ist die lösung da erst zu schnauze um werden durch die schnitt nicht mal und ich weil auch mal eben das ist der so schon gab Schilder. Schilder. Darf ich sagen, halte ich mal einmal den Server an und starte ihn noch einmal. Und ich mache dann mal eben hier einen kurzen Cut. Und jetzt leckt es wieder kurz. Wieso Kurt, wenn du mir leckst die ganze Zeit? Er ist meistens, wenn man nicht auf den Server join. Ey, ich komme jetzt auf den Singleplayer drauf. Nee, doch nicht. Der ist aus. Ach so. Aber ich bin in deinem anderen Server. Auf was für einen? Den ersten. Team Extreme. Diesen Team Extreme. Ach genau. Und ich habe hier ein bisschen mit den Plugins gearbeitet. Minecraft. Together. Zwei. Sieht eigentlich recht cool aus, finde ich. Ja. Ach du Scheiße. Ich bin fast vom Berg gesprungen. So, ich habe zum Glück ein paar Fackeln. Warte ich schon so. Ja, muss nicht los. Ja, muss nicht los. Ja, wohin? Ach, Glück gehabt. Ich kam noch früh genug mit dem Fackeln. Ich bin fast auf den Kopf. Wie ist das? Du hast einen Monsterrad oder aus? Ja. Hast du Monsterrad oder aus? Ja. Was? Auf meiner Singleplayer? Ja. Leon? Einen kurzen Cut und weiter geht's. Vor allem, ich bin jetzt einfach leise und wir hören mal Skype zu. Hallo? 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 Leon? Hallo? Hallo? Günther? Nein. Bei Creepy nennt ich mich immer Günther. Nicht schreien Creepy. Och, ich hab erst die E3 gelesen. 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 Und ich schien heute. Oh, ich hab erst die E3 gelesen. Oh, ich muss das gucken. Ach, ich muss das gucken. Da, äh, Leon? Ja. Ja. Ach, gut. Hi. 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 Wir haben noch 6 Minuten für die Folge. Ja. Warum war es sogar weg? Äh, äh, mein Bruder, Peter? Ach, scheiße. Zum Glück ist er jetzt weg. Ja. Ich will nicht was ich machen soll. Äh, mein Bruder, Peter? Ach, scheiße. Ich will nicht was ich machen soll. Ich will nicht was ich machen soll. Ich will nicht was ich machen soll. Du hast den ihr jetzt, was ich mache. Ich will nicht was ich machen soll. Ich will nicht was ich machen soll. Ja, ich weiß was ich machen soll. Du schaffst ja. Du hast ja ein Projekt vor. Äh, ja. Ich kann das Bauen. Ich kann das Bauen. Ich baue hier gerade nämlich auf dem Dach Holz ab. Ach, stimmt, du weißt ja noch nicht, was hier auf dem Dach ist, alles. Weil er sieht nämlich die Folgen... Ja, aber jetzt kann ich immer auch mich abbauen. Doch, jetzt so. Jetzt kann ich alles. Weil, Spoiler, er sieht genau die Folgen so, wie ihr die seht. Und da ich im Moment, ich glaube, immer noch... Lol. Ich hasse diesen Server gerade. Ey, der Leck ist hier gerade so, wie bei der In-Sogether-Folge hier, wo du den steinigen Schabungen konntest. Genau, unter dem habe ich gerade... Ich glaube, ich mache aber gleich eins der Plugins raus, die Nerven gerade gleich. Und vor allem, das wurde mir auch nochmal vorhin geschrieben, äh, in der einen Folge. Äh, äh, dein Inventar ist voll und ich rieche mich auf. So, da bin ich wie am Mais. Mh, lecker. So, mach mal. Hm. Hauptsache, ich esse mit mir noch voll geil. Ich bin mein's rüber. Ja, warte, schickt mir deine Adresse. Meine kannst du ja nachgucken, ganz einfach. Ach genau, und schaut mal bei dem Leon LP auch auf dem Kanal vorbei. Der hat schon 27 Abos. Ich verrate nicht, wer mich abonniert hat. Ich hab ihn abonniert auch. Ja, ein. Eis? Fuck, man soll's nicht mit dem Eis gegen das Mikro schlagen, oder? Ja, ja. Hast du auch gerade mitbekommen, was hier passiert ist? Ja. So, und schreibt mir mal in die Kommentare, was ich hier oben für eine Farm reinbauen soll. Ob's, ähm, ja, steht ja auch nochmal eben an der Seite, aber so als Idee... Ich hasse es. Als Idee, dass man hier so eine normale Farbe hinmacht. Leon? Ja. Hi. Und dann würde ich sagen, wenn wir dann diese Folge... Bis zum nächsten Mal und... Ciao.